Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Infovideo für die kommende Legion Liga. Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Die lassen uns ja gar keine Ruhe vom Grinding Games. Nein, es geht weiter. Gestern habe ich, fälschlicherweise, das ist ein riesen Fauxpas passiert. Ich habe gestern ein Video rausgehauen, dass die Patch Notes endlich online sind. Ist aber gar nicht gewesen, war ja das Manifest gestern. Ich habe mich noch für einen Moment gewundert, warum das Ding Manifest und nicht Patch Notes heißt. Und warum da so wenig drin stand auch. Aber tatsächlich war das Manifest und nicht die Patch Notes. Also dafür entschuldige ich mich auch. Ach nee, Quatsch. War halt ein Fehler. Kann ja mal passieren. War auch heiß gestern. Es war echt heiß gestern. Es war total spät. Ich glaube, die Wuppität der Erde war gestern auch größer als sonst. Jedenfalls ist es mir irgendwie durchgegangen. Jetzt dafür heute die Patch Notes. Heute haben sie die Patch Notes veröffentlicht. Ich werde euch beide Links jetzt, die ich euch jetzt zeige, gleich oder in diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinken. Das eine ist, also man kommt hier quasi drüber. Und dann bekommt man erstmal auf... Ne, da wollte ich gar nicht hin. Warte mal, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. Es ist heute wieder warm. Es ist heute wieder warm. Ach, wuppt die TTR da heute wieder. Oh, ganz schlimm. So. Also, wenn ich da drauf klicke, lande ich erstmal hier. Das finde ich gar nicht so uninteressant. Also den Link werde ich euch auch machen. Da ist ein bisschen... Ja, da sind so ein paar... Also ich sage mal, das ist eigentlich nur so eine kurze Auflistung, was da mehr oder minder dazugekommen ist. Dann gibt es hier so eine Auflistung, welche Map jetzt was ist. Da gibt es in der Regel immer irgendwelche Änderungen. Also die machen auch an dem Atlas immer so kleinere Änderungen. Und da kann man vielleicht mal reinschauen. Vielleicht haben sie im Großen und Ganzen auch nicht viel geändert. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich Änderungen geplant gewesen sind. Und dann gibt es ja noch diese vollständigen Patch Notes. Das ist das, wo ich gestern in dem Video auch gesagt habe. Das ist üblicherweise so der Punkt, wo ich dann sage, viel Spaß beim Lesen. Heute werde ich es auch so ähnlich machen. Also man kann gerne mal reinschauen. Ich werde euch auch genau sagen, warum man da mal reinschauen sollte. Ich glaube, das ist vielleicht mal ganz interessant. Also hier sind jetzt wirklich das, was wir gestern so in diesem Manifest grob angerissen bekommen haben. Das steht hier ziemlich detailliert. Ich gehe jetzt hier einfach mal. Also hier steht zum Beispiel so ein paar Infos einfach zur Legion Herausforderungsliga, was da passiert. Hier gibt es dann einfach mal so größere Veränderungen. Also wir wissen ja jetzt schon, es wird das Nahkampfsystem geändert. Also hier gibt es eben noch so ein paar Hinweise dazu. Neuer Content. Also hier gibt es dann eben so ein paar kleinere Veränderungen. Kann man sich auch mal durchgucken. Es sind ja manchmal dem Kartentrum. Wurde eine neue Funktionalität und so wird die Anzahl, welche Kartenlevel und so weiter und so fort. Also auch das kann man machen. Kann man sich ruhig mal anschauen. Kann sich aber auch ein bisschen positiv überraschen lassen. Kann man dann einfach mal schauen. Dann gibt es hier so die ersten Balance Anpassungen. Die sind natürlich für diverse Bild sind die nicht ganz uninteressant. Dann gibt es Charaktere und so weiter und so fort. Und dann kommt hier eine Auflistung aller Fertigkeiten, die sie irgendwie überarbeitet haben. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt schauen, welche oder was für ein Bild möchte ich nächste Liga spielen? Was hat der für Fertigkeiten? Was habe ich mir zum Beispiel gedacht? Ich sage jetzt mal der Wirbelsturm als Beispiel. Nehme ich hier mal. Dann sehen wir, aha, das muss jetzt kanalisiert werden, also gechannelt werden. So, die Mana-Cosme tragen jetzt zwei über allen Gammstufen. Blablabla stehen hier. Also alle Änderungen, die die an dieser Fertigkeit und dieser Gemme vorgenommen haben. Das geht so weiter. Ich habe hier übrigens mal geguckt, was ich sehr interessant fand. Was ich sehr interessant fand. Schreide und Sterblichkeit eigentlich nicht. Können wir aber ganz kurz mal gucken. Nicht mehr immun gegen physischen Schaden. Da hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen. Beträgt jetzt, bewirkt jetzt das wenige Elementarschaden. Das ist auch ganz interessant. Wird verbraucht. Jetzt einer nicht wiederhergestellt wird. Okay. Teilt sich ein mit anderen Wächterfertigkeiten. Ja, wird man mal schauen müssen, ob man die tatsächlich zu zweit, ob man die gemeinsam aktivieren kann. Gut, aber das wollte ich gar nicht gucken. Da war ich jetzt nur ganz kurz hängen geblieben. Ich wollte jetzt hier mal weiter runter gehen und ich wollte mal schauen. Erdbeben. Der Lavaschlag. Ne, Quatsch. Lavaschlag. Der Erdbebenduellant, der Schlechter, den ich ja mal gespielt habe. Den haben sie, gefühlt haben sie ihn tatsächlich noch ein bisschen verbessert. Also ich fand den damals schon sehr, sehr gut. Lief ja auch sehr, also fand ich recht simpel. Wer mag, da gab es ja auch ein Let's Play dazu. Kann ja gerne mal reinschauen. Aber wenn ich mir jetzt hier eben mal angucke, zu betragen ist 85 bei GEM Stufe 1. Vorher waren es 90. Jetzt, was hat der Doom da wieder von wegen verbessert? Arma geht hoch bis 120. Das waren vorher nur 109. Das heißt, grundsätzlich haben sie den jetzt gefühlt da an der Stelle ein bisschen verbessert. Das Nachbeben, das ist eigentlich auch sehr interessant. Zwei Einheiten größer. Auch nicht schlecht. Gewährt jetzt 1% pro statt 1% erhöhten physischen Schaden. Also genereller Schaden. So, gut. Kann man sich mal angucken. Also zumindest haben sie ihn nicht verschlechtert. Ich würde vom Bauchgefühl sagen, eher verbessert. Aber hier kann man eben reingucken und kann mal schauen, macht das noch Sinn, dass ich den spiele? Ich habe natürlich auch geguckt hier als erstes. Bei Verdammung fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also wird man mal austesten müssen. Wo haben wir sie? Hier erstmal nicht. Ist das nicht ganz so alphabetisch, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte. Aber ich hatte die vorhin auf Schlag gefunden. Da dachte ich, alles klar. Müssen wir mal schauen, 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 schauen. Also nicht, dass jetzt ein von euch schwindelig wird. Wenn ich hier immer so hoch und runter. Verdammung war hier drin. Verdammung, Verdammung, Verdammung. Leute, Wahlfertigkeiten. Jetzt bin ich doch drüber. Ich bin doch drüber irgendwie. Mist. Jedenfalls hatte ich mir Verdammung hier angeguckt. Das ist ja das, was meine Chaoshexe jetzt gehabt hat. Also sind, ist ein bisschen schwächer geworden, aber nicht so schlimm. Dann gibt es ja auch noch den Seelenriss. Da müsste ich jetzt mal gucken, wie der ist. Aber da die Hexe eigentlich gefühlt, also echt alles so mit links. Also die konnten ja höchstens mal kurz gucken und dann waren die Endbosse schon tot. Finde ich, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Da haben wir das genau. 45 Basisschaden vorher waren vorher 66. Das ist natürlich jetzt erstmal gefühlt 900 zu 1060. Weiß ich, also klar, es sind 160 Unterschiede. Hört sich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm an. Also wenn ich jetzt eben mal gucke, wie das jetzt eben lief. Und dafür, dass ich mit Standard-Items 0815 Standard-Items unterwegs war, lief die recht gut. So, jetzt müsste ich eigentlich den Seelenriss hier nochmal gucken. Aber solche Sachen könnt ihr da eben raussuchen euch. Könnt ihr einfach mal gucken, Mensch, was will ich denn tatsächlich spielen und was haben sie damit gemacht. Interessant natürlich dann, wenn ihr vielleicht den Char auch genau gespielt habt. Vorsichtig muss man eben sein, wenn man sich jetzt ein Bild rauspickt, ein fertiges Bild, irgendwie ein Bild-Guide nimmt. Und das ist jetzt vielleicht aus der Version 3.4. Dann kann das natürlich sein, dass das, was da jetzt sehr, sehr gut ist, vielleicht schon gar nicht mehr so richtig funktioniert. Weil da wurde in der 3.5 was dran geändert, in der 3.6 und jetzt zur 3.7 wird nochmal was dran geändert. Da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die Guides ein bisschen älter sind, kann das ein bisschen problematisch sein, muss es aber nicht. Ich will jetzt auch keinem Angst machen. Also versteht das bitte nicht falsch. Wer hier länger guckt, der weiß, ich bin da relativ unbedarft bei solchen Dingen. Ich probiere es lieber aus. Ist einfach so. Ich bin kein Rechnertyp. Ich bin auch keiner, der lange, zur Zeit jedenfalls auch nicht, wer weiß, wo ich mich noch hinentwickele, aber der jetzt mit irgendwelchen Tools sich das letzte bisschen Schaden pro Sekunde da irgendwo rausquetscht. Dafür bin ich nicht der Typ. Ich probiere es lieber aus und dann lief das entweder gut und ich hatte Spaß dabei oder es lief eben nicht gut. Und ich finde, da sollte man auch vor allem Spaß bei haben. Das ist eigentlich so das Wichtige. Es soll euch Spaß machen, Leute. Also nehmt das nicht so verbissen. Guckt euch einfach mal an, was wollt ihr gerne erreichen in der nächsten Liga. Oder eben im Standard. Und versucht mal das irgendwie so hinzukriegen. Da gibt es einfach Path of Exile bietet einem verschiedene Ziele an. Ziel Nummer 1, ihr erreicht Stufe 100. Das ist so ein klassisches Ziel. Aber wenn man nicht 100 erreicht, ich glaube, ich habe noch nicht ein Schar auf 100. Weil in der Regel innerhalb einer Liga mehr als 90, 92 schaffe ich in der Regel nicht. Eher 90. Und es reichen mir auch die letzten Schars. Die habe ich nicht mal auf 90 geschafft in der Liga. War auch ein bisschen faul. Zweite ist eben den Atlas mehr oder minder. freizulegen. Dass man tatsächlich den Ältesten legt. Ja, ist auch so eine Frage. Muss man das? Muss man das nicht? Dritte Möglichkeit. Und so halte ich das eigentlich immer so weit, wie ich eben komme. Und ein bisschen Spaß dabei. Also das ist eigentlich ganz wichtig. Und wenn es irgendwie besser lief und mir ist was Tolles eingefallen. Oder ich habe ein richtig cooles Item gefunden, was das richtig verstärkt. Und ich komme dann weiter. Und ich habe auch den Eindruck, es läuft geschmeidiger als in der letzten Liga. Und in der vorletzten Liga. Und das ist so ein einfach so ein anwachsender Prozess. Und man macht auch nachher Erfahrungen. Ihr werdet feststellen, dass ihr mit irgendwelchen Bossen, mit denen ihr vielleicht schon immer Schwierigkeiten habt, dass ihr mit denen jetzt gar keine Schwierigkeiten habt. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Und Path of Exile ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu verstehen. Man muss ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Und irgendwann kommt das. Und es läuft dann irgendwie gefühlt auch immer ein bisschen leichter. Ja, also versucht einfach weiter euer Glück. Ich drücke euch allen die Daumen. Gerade jetzt für die kommende Liga. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.